Ein Herzschlag und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Rocket League Energy Cup. Wir sind im Halbfinale und mit wir meine ich den lieben Krabs und mich. Hallo. Wir spielen gegen McManus und Hotter, die durch Vorfait, durch Aufgabe das Viertelfinale übersprungen haben sozusagen, weil bei den Gegnern leider einer krank wurde. Also jede Runde kämpfen wir gegen Wildcard-Teams. Also die drehten bei, wir gehen Team Orange. Und let's go. Ab geht er. Ab geht er, der Peter. Back there, man. Nee, nee, der Winkel war viel zu spitz. Nee, ich habe mich zerstört. Geht das denn wieder los? Das war so witzig. Das war echt lustig. Ich habe mir das auch noch ein paar Mal angeguckt. Oh, war der schön, war der. Oh, war der. Ich hätte extra noch, ich hätte extra noch Turbo gegeben, damit ich dann noch hinfahre. Der war bitter mit allen Vieren auf dem Ball. Der war richtig nice. Der ist rübergehoben, ey. Der war schon, kann man es schon angucken. Ich habe gestor. Ich habe gestor. Ich habe gestor. Ich habe gestor. Ich. Schade. Da wäre ich, den hätte ich wirklich schon bekommen. Wusstest du nicht, dass du kommst? Ja, ich sage das auch nicht, weil ich nie weiß, ob ich den auch wirklich bekomme. Dann kannst du nur sagen, ja, ich habe ja nicht gesagt, er ist schon erwischt. Ja, genau. Ja, genau. Ja, habe ich noch erwischt, habe ich noch abgefälscht. No, oh fuck, da hätte ich mich besser nicht gedreht. Ich wusste gerade nicht, in welche Richtung ich lenken muss, um den, um die, in die Richtung zu springen. Ja, gut, lass mich noch vorbei hüpfen. Ja, ich bin ausgedrückt. Da wäre ich auch noch da gekommen, ey. Aber schön, ey, genau passend. Hätte es jetzt nicht geklappt bei dir, wäre ich genau noch dran. Ja, das ist perfekt, wenn das so gecovert. Ja. Ja, der Senkel ist, dass mein Boost ausgeht oder so, weißt du? Ja. Aber das hat gepasst. Bei Hotter, ich sehe, bei Hotter immer noch nichts, was er schreibt. Ich auch nicht. Das steht einfach nur Hotter. Ja, genau. Das sind beide zerstört, sag mal. Du hast beide zerstört, Alter. Echt? Ja. Es waren beide hinten in der Ecke wieder. Nee, aber da war nur Hotter, den ich zerstört habe, glaube ich. Echt? Nee, Mann, es war auch weg. Glaube ich, sah zumindest bei mir so aus. Muss ich mir schon mal angucken. Der wäre ja so schön gewesen. Oh, da müssen wir back to base. Ah, ganz knapp. Boah, der war, der war knapp. Mann, du kannst auch ohne mich spielen. Nein. Aber guck, jetzt, der war richtig knapp vor Manus. Ich kann leider nicht sehen, was Hotter schreibt. Den Bug hat er schon von Anfang an. Ossi, 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 Ossi wird hier nicht angezeigt. Nein, das ist natürlich noch Spaß. Ey, ich brauche einen Boost. Ja, da war schön. Ich muss dann nur mit Schmackes gegenfahren. Ich habe jetzt leider weiter geflogen, als ich gehofft habe. Und da steht einfach, da steht einfach, da steht einfach dreimal Hotter um. Und sonst nix. Ah, shit. Schöner Schuss. Oh, oh. Aber bringt nix. Ja, du bist vorne. Jo. Sorry. Ja, kein Ding. Der Dobo mehr. Ne, ich hatte auch keinen. Oh, alter, hat einen Manus. War das Manus oder Hotter? Einer von beiden hat mich da richtig an der Seite gehauen. Das war der Manus, ja. War aber wieder gerade schön verteilt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, doch da. Ja, du musst mit der Kamera so ein bisschen nach der Seite bringen. Da hat er mich direkt weggehauen. Du kannst generell in der Wiederholung auch mit dem linken, äh, mit dem rechten Stick die Cam so ein bisschen lenken. Ja, genau. Oh, da hast du mich. Ja, ich bin falsch nervig. Da ist Runde 1, das heißt, die dürfen jetzt wieder Team auswählen. Jo. Bereit, machen, machen. Du hast fünf Tore geschossen, ich war auch da. Ich war, ich bin auch mitgefahren. Ich bin mal gespannt, was für ein Team zu wählen. Okay, diesmal gegen die Orange. Wielte bei mir keine Rolle. Weil wir holen, ich gucke nach vorne und Krebs einfach immer noch Orange. Das ist so geil. Ich habe vergessen zu wechseln, tut mir leid. Ich bin trotzdem im richtigen Team. Alter, auf den Hotter habe ich an der Seite gedrückt in der Luft. Ah, shit. Hab ich. Oh Gott, ey, was mache ich denn hier? Tor. Ich feiere immer nur ein bisschen rum und dränge die ab. Aber das war auch einer, der war mies zu halten. Weil das war so. Ja. Bei den Bällen musst du einfach im Tor bleiben und warten, für welche Richtung ich mich entscheide. Und je länger du im Tor bleibst, je später kann ich mich entscheiden. Oh, schöner Schuss. Den machst du da rein. Nein, mache ich nicht. Ich habe gewartet, da wäre ich schon normalerweise längst zum Area gegangen. Das war ja wie beim Schwanensee. Oh, da habe ich dich gekickt. Oh, Hotter fliegt. Macht er das schon immer? Aber ich mache den wieder. Dann haben wir beide erwischt, ne? Ball Spezial. Mein Spezial ist es noch am Pfosten hochzufahren, um den Ball abzuhalten oder den Duber zu lupfen. Ah, den wollte ich hier nochmal drüber lupfen. Aber nicht schlimm. Ja, mit dem Fliegen muss ich, müsste ich mehr üben. Nooo! Weiß ich. Okay, ja, Sodor. den ariel hat es leider davor beim torschuss verkackt danach nur auf dem ball gerade auch einfach verpasst vielleicht soll ich das nicht üben wir und wie hier spielen sondern weinert man muss jetzt die ganze zeit im tor kann das sein er blockt und drin gemacht das sind aber auch die undankbaren die so an der wand hochrollen ich hasse die selbst auch ich habe da immer dran vorbei schön er war schön er geht rein ich habe doch geschossen schön ein hallo mann uns zerstört kann man angeheizt da warte ich erst mal was passiert scheiße da hab ich bisschen verkackt da ich hab da wollten schon ein bisschen treffen aber gut geschossen ich wollte nämlich nur so wieder leicht rüber lupfen danach mit vollem speed den so schön fest nach vorne aber der kommt gefährlich hallo hota na shit er war schwach geschossen zu live ich hab auch schon geschrieben da ja da vielleicht aber du ober du ober du ober du ober du das Uiuiuiuiuiui No, machst du. Schöner Schuss. Juhu. Ja, ich kam. Der war zu nah am Pfosten. Das war wieder perfekt. Ja. Ja, schön nachgesetzt. Boah. Ja, boah. Boah. Das war kaum Boost, ey. Aber hat genau gelangt. Alter, was war das denn? Ey, ey. Und das ist wieder ein Stoß. Boah. Ja. No! Da! Boost! Wie geil ich da einfach stehe und warte, Alter. Komm lass den Ball mal ein bisschen weiter runter, komm hier. Da, ich lieg nur auf dem Dach und booste mich schon ein bisschen nischig. Ja, schön. Oh, da kamen sie beide angeflogen. Oh, fuck, 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 danke. Alles gut. Ich spring zu hoch für die Ariels. Boah, schade. Der wäre auch knapp an Pfosten. Dieses Mal habe ich was gemacht. Ja, definitiv, definitiv. So, die können wir nochmal auswählen. Wir spielen die dritte Runde trotzdem, aber wir sind jetzt schon ins Finale eingezogen. Das erste Mal bin ich im Finale. So. Boah. Ah, der war... Das wäre so ein schönes Passspiel gewesen. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. auf jeden fall wie er das schon gewohnt zeit in der beschreibung unten stehen die kanäle von den anderen auch verlinkt das heißt falls ihr euch aus deren sicht einfach mal das match anschauen wollte einfach vorbeischauen jetzt wieder zurück lass doch sein das doch sein da kommt hat das schön gesprungen ich habe behindert das war das noch schön rangegangen den hat hat er noch schön mitgenommen aber da war ich wo was mache ich nein na ich habe kein boost okay die haben den boost mir zum glück gelassen schöner schuss 20 bei zwei minuten 22 wo halt da sind beide auf mich gesprungen da konnte ich nicht gegenhalten da wollte ich eigentlich ein zerstören von denen genau da bin vorbeigesprungen und der ist drin schöner schuss ja da war ich nicht shells ja 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 Oh, fuck, ey. Weiß er. Uff, da hätte er schießen können, ne Maines. Schöner Schuss. Lass ihn aber wiederkommen. Ah, verdammt. Oh, wow, wow, wow. Huch. Oh, der. Wusste ich doch, hab doch gesehen, dass der reingeht. Da, schön direkt die Kurve mitgenommen. Und erinnere das Ding. Da, das war genauso, wie ich... Ah. Alles gut. Ah, fuck. Ich hab schon wieder, dass er gefailt. No. Ja, das war klar. Den hab ich, glaube ich, nochmal hochgelegt oder so, ne? Ja, ja. Also überhaupt, der geht direkt oben drüber. Das war so knapp, dass ich ihn wegpuste. Ja. So close. Gewonnen, gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Da dreh ich mich vorbei. Aber noch ein Tor muss nicht sein. Waren ein paar schöne Matches wieder gewesen. War gut. Und das letzte war ja sogar knapp, ey. Da war hier... Ja. 3 zu 2. Auf jeden Fall GGs. Wie gesagt, Kanäle stehen unten in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns im Finale wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Vielen Dank.